Moin Moin aus Hamburg zu Transfermarkt TV. Wir blicken heute in unserem Top-Thema nach Spanien und haben außerdem tolle Bilder aus der Copa Libertadores für euch im Angebot. Außerdem schauen wir auf den anstehenden sechsten Bundesligaspieltag. Das sind die Themen heute. Real Madrid mit schwachem Saisonstart. Wir blicken auf das Transferverhalten der Königlichen. River Plate Buenos Aires schafft sensationelles Comeback in der Copa Libertadores. Und der Experten-Tipp des sechsten Bundesligaspieltags von Levin Öztunali. Unser Top-Thema heute beschäftigt sich mit Real Madrid, der amtierende spanische Meister und Champions-League-Sieger hat den Saisonstart in La Liga gründlich verhauen. Nur zwei der ersten fünf Saisonspieler hat die Mannschaft von Siné, den sie dann gewinnen können. Am Mittwoch gab es die erste Saison-Niederlage. 0 zu 1 gegen Real Betis Sevilla. Und mit einem Blick auf einen Tabellenausschnitt, auf einen aktuellen, sehen wir, dass der Abstand zum FC Barcelona, der ganz oben in La Liga steht, schon beträchtlich ist. Nach fünf Spieltagen sind es schon sieben Punkte Rückstand auf Rang 1. Auch Sevilla und Atletico sind richtig gut in die Saison gestartet. Ja, da fällt Real dann deutlich ab. Man darf das alles noch nicht überbewerten. Die Saison ist noch jung, aber der Abstand ist halt schon relativ groß. Wir wollen mal darauf blicken, was denn Real transfermäßig in den vergangenen Jahren so veranstaltet hat. Und da fällt auf, dass die in den letzten zwei bis drei Jahren, was die Einkäufe anbelangt, deutlich defensiver agiert haben auf dem Markt, als man das über viele Jahre zuvor gewohnt war. Das liegt möglicherweise auch am Konzept des Trainers Sinedine Zidane, der seit Anfang 2016 Trainer ist. Also, schauen wir mal. 13, 14, da wurde's noch teuer. Bail eingekauft, Isco, Cavajal, ein Transferminus, beziehungsweise Ausgaben von 175,5 Millionen Euro. Saison 14, 15 dann schon etwas weniger. Der letzte richtig große Transfer war mit James Rodriguez, der viel, viel Geld gekostet hat. Und Saison 15, 16 und 16, 17, ja, deutlich unter 100 Millionen Euro Ausgaben. Für die Saison 17, 18, Theo und Ceballos als Neueinkäufe. Für die Saison 18, 19 übrigens wurde schon ein Transfer getätigt. Vinicius Junior von Flamenco kam für 75 Millionen Euro, wird aber erst mal weiter verliehen. Über die Situation bei Real Madrid möchte ich jetzt sprechen mit Nils Kern von Real Total. Nils Kern ist live in Madrid mit dabei und berichtet von dort. Moin Nils. Real hat ja in den vergangenen Transferperioden, wir haben angesprochen, verhältnismäßig wenig in neue Spieler investiert. Obwohl da durchaus Geld da wäre. Warum ist das so? Du sagst es, Hannes. Geld ist definitiv da. Da hat man die letzten Jahre ordentlich gewirtschaftet. Aber dann war doch der letzte Galactico-Transfer war James Rodriguez vor drei Jahren, 2014. Seitdem hat man halt seine Strategie ein bisschen geändert. Die Königlichen, auch dank Zinedine Zidane, der ja 2016 übernommen hat, das Traineramt, setzt man eher auf, ja, darauf junge Spieler langsam heranzuziehen. Also wenn man mal so sieht, wer aktuell Stammspieler in der Mannschaft ist. Man hat dann Raphael Varane, der kam 2011 für kleines Geld, 10 Millionen. Carlos Casemiro kam, wie ist gut 2013. Die haben sich dann nach und nach, durch all die Jahre, wurden sie kontinuierlich aufgebaut. Man setzt da eher auf solche Spiele und da ist auch schon die nächste Generation im Kommen. Matteo Kovacic, Marco Asensio, die kamen 2015, auch für, ja, verhältnismäßig kleines Geld. Und ja, man hat einfach sein, aus der Vergangenheit ein bisschen gelernt, statt einfach, ja, Aktionismus zu betreiben mit hohen Ablösesummen. Also Cristiano Ronaldo und Gareth Bale haben sich durchaus ausgezahlt, aber was man da so 2006, 2007 noch gezahlt hat für diverse Niederländer, da hat man ja jetzt einfach daraus gelernt und sieht auch, ja, sich auch gewappnet so für die nächsten Jahre, um einfach auch einen Ronaldo, Ramos oder Luka Modric ersetzen zu können, durch dann eben, ja, Varane, Kovacic oder Asensio. Welche Rolle spielt der Trainer, spielt Zinedine Zidane in der Transferpolitik von Real, aus deiner Sicht? Natürlich eine sehr große. Er hat auch sicherlich Florentino Perez, den Präsidenten von Real Madrid, da irgendwie, ja, die Mentalität geändert, dass eben nicht jeden Sommer man 100 Millionen ausgeben muss, sondern man auch durchaus einerseits auf eigene Talente setzen kann. Also wenn man mal schaut, Jesus Vallejo kommt jetzt zurück, war letzte Saison ausgeliehen, Dani Cavacal war auch schon ausgeliehen an Leverkusen, Markus Asensio, Lukas Vazquez genauso. Junge Spieler, die woanders die Erfahrung gesammelt haben im Ausland, nach einer Saison dann zurückkamen. Diese Mentalität hat er sich ja dem Perez irgendwie eingetrichtet und dann eben auch diese Harmonie im Team geschaffen zwischen Weltstars wie Ronaldo und Bale, aber auch Routiniers wie Modric groß und dann eben jungen spanischen Talenten und das macht Zidane aus. Da hat er einerseits im Kader diese Harmonie geschaffen, wo es dann eben nicht unbedingt immer noch einen Portbau oder Mbappé gebraucht hätte. An den Spielern war man durchaus dran, aber da, ja, sagt man sich inzwischen auch, es gibt eine finanzielle Grenze bei Real Madrid. Man könnte sich 150 Millionen Transfers durchaus leisten, aber, ja, das würde dann einfach die Harmonie stören, so hat Zep Harris zumindest jetzt nach dem Mbappé-Transfer zu Paris gesagt. Jetzt wollen wir noch mit dir über eine ganz konkrete Personalie sprechen, denn da ploppt ein Interview auf von Pierre-Emerick Aubameyang vom BVB. Der hat gesagt, dass im Sommer die Möglichkeit da gewesen wäre, Borussia Dortmund zu verlassen, möglicherweise auch zu seinem, wie er ja sagt, Traumverein Real Madrid. Am Ende ist nichts passiert. Warum hat Real bei einem solchen Spieler beispielsweise nicht zugeschlagen? Speziell sehr interessant, weil es ja eben um eine Mittelstürmerposition geht. Da ist Real Madrid diese Saison tatsächlich nicht so gut aufgestellt wie noch letzte Saison. Da hat man ja jetzt im Sommer nicht nur Morata, sondern auch Mariano abgegeben, der in Lyon, ja, ich würde sagen, rockt und für eine Menge Tore sorgt. Und da fehlt es aktuell noch so ein bisschen an Alternativen. Man hat Karim Benzema und dann steht halt Boca Majoral dahinter, der letzte Saison an Wolfsburg verlieren wurde. Also da wurde durchaus noch einige Namen gehandelt im Sommer, ob es Zimbabwe war oder Aubameyang, der ja schon durchaus oft geäußert hat, was es sein Traum wäre, für Real Madrid zu spielen. Aber das hat sicher dann auch ein bisschen das Spielerprofil nicht ganz so gepasst. Er ist ja im Endeffekt dann doch, ja, mehr, ein Spieler, der den Abschluss sucht, der nicht groß noch am Ball, mit dem Ball zusammen ist. Während Karim Benzema ist dann doch eher der Ballverteiler, der Ronaldo oder Bale das Tor vorbereitet. Hat gestern auch auf der Pressekonferenz gemeint, dass für ihn ein moderner Stürmer nicht nur Tore erzielt, sondern auch mitspielt und vorbereitet. Und vermutlich hat man auch da sich nicht allzu sehr mit der Personalie Aubameyang beschäftigt. Durchaus mehr mit Mbappé, aber Aubameyang war mehr in den Medien, auch hier in Madrid, was wir so von Real total mitbekommen, ein Thema als beim Verein selbst. Also vielen Dank, Nils Kern, für deine Einschätzungen zu Real Madrid. Da sind wir natürlich sehr gespannt, wie das Ganze sich dann in den nächsten Wochen weiterentwickeln wird, nach dem doch eher durchwachsenden Saisonstart. Tja, also Nils Kern wirkt sehr optimistisch, was den weiteren Saisonverlauf von Real Madrid anbelangt. Dennoch darf man nach dem Saisonstart die Frage stellen, hat man dazu wenig neue personelle Reize möglicherweise gesetzt? Im Team, auf der anderen Seite, in den letzten Jahren hat das Konzept der personellen Kontinuität bei Real richtig gut funktioniert. Ist ja seit diesem Jahr die erste Mannschaft, die den Champions League-Titel verteidigen konnte. Da hast du dann im Clubmanagement alle Argumente auf deiner Seite, besonders wenn man sich vor Augen führt, dass fast alle Spieler bei Real eine positive Marktwertentwicklung haben. Wir haben mal eine Elf zusammengestellt, die aufzeigt, was Real denn für die Spieler ausgegeben hat und was sie aktuell wert sind. Keila Navas, der von Levante kam, für 10 Millionen Euro, ist mittlerweile 18 wert. Der Keeper, schauen wir auf die Vierer-Abwehrkette, die übrigens teuerste Abwehr der Welt, knapp vor dem FC Bayern. Marcelo, für 6,5 gekommen, mittlerweile 38 wert. Auch Varane hat eine ganz klare Marktwertsteigerung vorzuweisen. Der Mann, der vom Ercelance aus der Ligue 1 kam, genauso wie Ramos und Cavajal. Im Dreier-Mittelfeld Casemiro von 6 auf 30 Millionen, eingekauft vom FC Sao Paulo. Auch Toni Kroos für 25 geholt, jetzt ist der Mann 70, wenn nicht sogar noch mehr wert. Luka Modric fällt ein bisschen ab, dennoch auch er mit einer klaren Marktwertsteigerung. Wir haben jetzt vorne in der offensiven Dreier-Reihe mal Gareth Bale bewusst rausgelassen, weil es bei dem etwas anders aussieht. Der hat mehr gekostet, als er aktuell wert ist. Bei Ronaldo ist das anders, bei Benzema auch. 35 Millionen hat er gekostet, 60 Millionen ist er nun wert. Und bei Asensio ist die Marktwertsteigerung auch richtig deutlich. Also das ist schon beeindruckend, was Real Madrid da transfermäßig in den letzten Jahren veranstaltet hat. 253,5 Millionen Euro ausgegeben. Der Gesamtmarktwert aktuell 493 Millionen. Der nächste Bundesligaspieltag steht an und wir haben mal wieder einen Experten-Tipp. Dieses Mal ist es Lewin Öztunali, der seine Einschätzungen abgegeben hat, der Profi vom FSV Mainz 05. Er sieht heute Abend die Bayern klar vorne gegen Wolfsburg. Auch Leipzig gewinnt laut ihm gegen Frankfurt ein 1-1 zwischen Hoffenheim und Schalke. Sein Ex-Klub Werder Bremen, da tippt er auf ein 1-1 gegen Freiburg. Tja, sein aktueller Verein Mainz, da tippt er auf ein 2-0 gegen Hertha. Auch Stuttgart, Dortmund und Hannover erfolgreich. Und unten rechts sein Ex-Verein Leverkusen gegen seinen Ausbildungsklub, den HSV. Da tippt er auf ein torloses Unentschieden. Also schauen wir mal, ob Lewin Öztunali genauso erfolgreich ist wie Peter Niemeyer, der ja unter der Woche richtig stark getippt hat und 48 Punkte geholt hat mit seinen Tipps. Heute Abend geht dann also der sechste Spieltag los mit der Eröffnung FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg ab 20.30 Uhr in der Allianz Arena. Und da ist natürlich der FC Bayern der klare Favorit. Die Münchner können heute Sieg Nummer 5 holen und zumindest zwischenzeitlich an die Tabellenspitze springen. Und bei den Wolfsburgern steht Neu-Coach Martin Schmitz vor seiner ersten ganz großen Herausforderung. Wolfsburg steht jetzt schon früh in der Saison unter Druck. Hier haben wir den Direktvergleich 31 zu 4 Siege. Das fällt natürlich auf. Und auch was den Gesamtmarktwert angeht, sind da schon große Unterschiede zwischen diesen beiden Vereinen. Und ein Spieler wird sich ganz besonders freuen auf dieses Duell, nämlich Robert Lewandowski, der auf den Tag genau vor zwei Jahren einen Fünferpack geschnürt hat. Und das binnen neun Minuten im Heimspiel gegen die Wolfsburger. Also Lewandowski will heute natürlich da weitermachen und steht übrigens schon wieder oben in der Torjägerliste. Sechs Tore hat er gemacht aus seinen ersten fünf Bundesligaspielen. Bayern 04 Leverkusen hat bestätigt, dass nun endlich die Spielberechtigung für den argentinischen Neuzugang Lucas Alario von der FIFA vorliegt. Also damit könnte der Stürmer am kommenden Sonntag gegen den HSV erstmals im Kader der Werks-Elf stehen. Und Leverkusen freut sich schon, heißt den Neuzugang nochmal offiziell willkommen. It's official via Twitter. Also Leverkusen freut sich auf Lucas Alario. Darauf wollen wir jetzt aber gar nicht näher eingehen, sondern wollen vielmehr über Lucas Alarios Ex-Klub. River Plate Buenos Aires sprechen, die gestern ein sensationelles Comeback gefeiert haben in der Champions League Südamerikas, in der Kupa Libertadores im Viertelfinal Rückspiel gegen die Bolivianer von Jorge Wilstermann. Kurzes Update für euch oder ein Roundup. Das Hinspiel hatte River in Bolivien auf zweieinhalbtausend Metern mit 0 zu 3 verloren. Andernorts wäre das Wettbewerbsverzerrung, auf einer solchen Höhe Fußball zu spielen. Aber gut, in Südamerika läuft das so. Und jetzt gestern im ausverkauften Monumentalstadion von Buenos Aires vor 60.000 Zuschauern. Also das Rückspiel. Javier Pinola, Ex-Bundesligaspieler vom Nürnberg, war auch mit dabei. Und Ignacio Skocco. Das ist der Lucas Alario-Ersatz, der im Sommer verpflichtet wurde von den Newells Old Boys. Und der legte ein absolutes Traumspiel hin. Es waren nicht mal zehn Minuten gespielt. Da setzte Ignacio Skocco zu diesem Sprint an, lässt den ersten aussteigen, den zweiten vorbei am Torwart. Und da war der frühe Treffer da. Und dann kamen die Bolivianer richtig ins Flattern. Was dann folgte, war eine Ignacio Skocco-Show. Denn er erzielte einen lupenreinen Hattrick in den ersten 20 Minuten. Und dann war das Ergebnis aus dem Hinspiel bereits ausgeglichen. In der Copa Libertadores hätte es dann direkt Elfmeterschießen gegeben, war aber gar nicht nötig. Denn Enzo Perez, ebenfalls der Neuzugang vom FC Valencia, erhöhte noch vor der Pause auf 4 zu 0. Das 5 zu 0 machte dann wieder Skocco direkt nach dem Wiederanpfiff. Das war ein Hexenkessel im El Monumental in Buenos Aires. Ignacio Fernandes sogar mit dem 6 zu 0. Und zwei weitere Treffer fielen tatsächlich noch nach dieser Ecke. war es, Überraschung, Ignacio Skocco, der 5 Mal traf. Ein unglaublicher Tag für den 32-jährigen Stürmer. Und dann dieses Sahnehäubchen. Ein 100-Meter-Sprint von Enzo Perez, der den Doppelpack schnürte. Und am Ende ganz cool über Raul Olivares im Tor von Jorge Wilstermann hinweg lupfte. Er war mit Ball deutlich schneller als zwei Gegenspieler. Er war ohne, hat den Kopf oben, macht das richtig gut. Am Ende 8 zu 0 und der zweithöchste Sieg in der Copa jemals für River Plate. Was für ein Comeback. Das war Werbung für den Wettbewerb. Im Halbfinale wird es ein rein argentinisches Duell geben für River Plate gegen den Club Atletico Lanús. Die Copa Libertadores gibt es live zu sehen übrigens bei Sportdigital. Schauen wir auf den heutigen News-Ticker. Der FC Barcelona intensiviert sein Werben um Leon Goretzka. Demnach wollen die Katalanen den deutschen Nationalspieler bereits in der kommenden Winterpause verpflichten. Als Ablösesumme stehen zwischen 10 und 15 Millionen Euro im Raum. Ex-Profi Stefan Leitl ist beim FC Ingolstadt vom Interims zum Cheftrainer aufgestiegen. Der 40-Jährige, der im August Mike Walpurgis ablöste, erhält bei den Schanzern einen Vertrag bis Sommer 2019. Die TSG 1899 Hoffenheim muss mehrere Monate auf Abwehrspieler Ermin Bicakic verzichten. Der 27-Jährige Deutsch-Bosnier hat einen Teilriss des Kreuzbands erlitten. Die Verletzung zog er sich beim Europa-League-Spiel gegen Sporting Braga zu. Und Hans-Joachim Watzke sorgt sich um die Position der Bundesliga in der Fünfjahreswertung. Der BVB-Boss appellierte vor allem an die deutschen Europa-League-Starter. Dort würde zu häufig gegen Teams mit viel geringeren finanziellen Mitteln verloren. Das war Transfermarkt TV für heute. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch in der nächsten Woche wieder mit am Start seid. Ihr könnt uns natürlich jederzeit eure Statements und eure Meinungen zu den unterschiedlichsten Themen, die wir hier bei Transfermarkt TV behandeln, schreiben oder auch per Video zukommen lassen. Tja, und zum Abschluss blicken wir nochmal nach Asien in die japanische J-League auf Lukas Podolski, der morgen wieder im Einsatz ist. Ab 11.55 Uhr könnt ihr live bei Sportdigital sein Spiel sehen gegen den Tabellenzweiten Kawasaki Frontale mit seinem aktuellen Klub Wisslkobe. Und wer weiß, vielleicht trifft er ja auch doppelt so wie bei seinem Debüt für Wisslkobe. Bis nächste Woche. Tschüss. Und wieder ist er drin. Perfekte Antwort von Wisslkobe. Perfekte Antwort von Lukas Podolski. Herbert,ور Tibetan Philipp. Wir ziehen das mich zur 75-2007-5bereン tyrannisch Kavanaugh pranicas. Wir gehen durch den bericht, dass wir Wendy anbeету noch eine Sp 로dyk qualitative kommen, oli, ich hoffe, dass ihr da war.